Wir wissen, dass dein besonderer Geburtstag eigentlich schon sehr lange zurückliegt. Und wir haben eigentlich geplant gehabt, dass die ganze Schulgemeinschaft zu deinem besonderen Geburtstag kommt, um dir zu gratulieren. Aber du weißt, wegen Corona, und das begleitet uns jetzt alles schon sehr lange, haben wir es nicht geschafft, durften wir nicht kommen. Dann haben wir weiter überlegt. Und wieder ist es so, dass wir nicht alle zusammenkommen sollen. Und deswegen haben wir den Besuch der beiden dritten Klassen heute zum Anlass genommen, um dir zu nachträglich zu deinem, ich sag's jetzt so, 60 plus Geburtstag zu gratulieren. Dragi načelniče, prva je moja želja, da ti život bude pun veselja. Druga malo večja, da te uvijek vrati sriča. I još jedna iz srca mog, da se čuva radi Bog. Lieber Herr Bürgermeister, die dritten Klassen haben wir stellvertretend heute mitgebracht, um dir auch ein Stämpchen, ein kurzes, zu singen. Die dritte Ta guys kann ich noch mujeres noch healthcareern. Ich hab regulator sie Nearu mal in die Kräutych, da man sie schmeckt. Oh mein Gott. Wenn du von Nas. Ich habe etwas measure, also mich Tamb Building pament. Ich mache das, was lange oder woche gerne, wenn du sie erschaffen?